Musik Weiter, 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 weiter Stopp 10 nach 7 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 12 13 13 13 14 15 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 16 16 18 Vielen Dank. Wenn er fertig ist, kann er auch rausfahren. Zugfahrt kommen! Für Kurzschlüsse bin ich nicht zufrieden. Er hat sein eigenes Stellwerk. Sonst kann er seine eigenen Kurzschlüsse stellen. Ja, das geht ja besonders gut. Ja, danke! Ja, genau. Wir machen am besten hier für jedes Gleis einen eigenen Booster. Wenn der Reise fertig ist... Fertig! Abfahrt! Die Schlacken sind geschlossen. Dann wollen wir hier mal den Flügel hochklappen. Sehr schön! ... 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 So typisch heißt das, oder? Das ist ja ein Verkehrsverfahren und Dienstwagen. Verkehrsverfahren? Da darf man nicht ausmachen. Sollt ihr da ausmachen, oder? Nein. Einige die Formation gemäß... Meins, die haben gesagt, ich soll eher losfahren, weil das nur ein Betriebshalt war dort in Wienerburg. Hm. Das ist ja jetzt was gerade los. Ja, die waren der Meinung, das ist so. Die hätten da irgendwie Papiere, wo da so und so viele Fahrgäste rein sollen in den Zug, und das wäre in den Triebwagen nicht mehr möglich gewesen. Ja, das sieht man. Ja, hier ist Ottmich. Ankunftsmeldung für mein 3047 in Ottmich. Ich wiederhole jetzt. Ach, wir sind nicht geschlossen. Gott, nicht. Dann Fahrnfrage für den... schon mal 80.02. Jetzt hat der Papier noch ein bisschen... Ich wiederhole von 80.02. Ja. Ja, da ist der Papier drin. Ja, ja. Und vor allem von jedem Wagen die Beschreibung, wo du halten sollst, damit was passiert. Guck mal. Du nimmst durchgängig auf jetzt? Auch bei den Halt hier drin? Nee, nee. Ich habe nur auf dich gewartet. Nee, nee. Ich meine... Ach so, ja. Na ja, klar. Dann schneidest du hinterher und fang raus. Das kommt jetzt mal raus. Ich glaube, ich bin hier auch mit 3047. Wiederhole vom Beispiel. Und los. Nee, deine Bündchen sind noch mal ganz interessant. Aber wenn die einfach fertig sind, das heißt, ein bisschen Zeitintensive. Dann brauchst du gar nicht, wenn ich da noch bei sitze, oder? Das ist das denke ich. Das ist ja auch nur so. Ist egal, machen wir hier alle. Guck mal, Mr. Fahrplan. Guck mal, das geht nicht raus. Guck mal, das geht nicht raus.